ja muss ich mir merken wo sie ist oder sie weiter nach oben schieben direkt unter die favoriten die ist bei den favoriten aber sie ist ja dann von den vom level ja du hast ja erstmal die level kannst du auch auf die herzchenleiste legen ach so die habe ich immer nicht an siehst du immer die ep leiste an pretty standard follows also auch die alte ja nicht zum beispiel hier gar nicht so schlimm oder überall schlimm schön splitpushen hier ehrlich die brüche botten mit mit einem und bis dass du da bist hatte ich schon alles eingerissen die ersten jetzt gesagt also kält das teig ist oder was machen erst mal die guten idees sicher ich finde den total toll ja das strong wenn man ihn spielen können ist der oh gott meine beiden schlimmsten freunde ich habe keine clearance mit der ne deswegen ist die frage haben sie nicht gebannt wir haben jetzt aber erst noch ein bahn oder haben den pick davon wir haben jetzt die nächsten beiden picks wollt ihr mein furion bannen ja und sein ins mehr ja eben echt gehen wir da auf die ulti auf die dinkulti ja die meisten nehmen da mittlerweile den silence ja wenn du double frontline hast mit einem tank nur würde ich auch hier gehen wer darf als erstes als nächstes ich will gern zuletzt ja ich möchte ihnen doch die chance geben noch einen zweiten tank zu nehmen ich tippe auf falls das vielleicht reyna kann auch gut sein ne und irgendeinen healer brightwing normales das kannst du aber gut machen mit mit dings mit alarak weil er die voll bebrüten kann was kann der brüten der kann dies helfen ohne ende das ist so krass den allerer kann die moralis schützen eigentlich vor allem das ist ultra schwer an die dran zu kommen letztens mit jen zusammen gehabt da kannst du nicht hin das ist eigentlich die von eben keine ahnung ne ich glaube nicht ich hoffe ja denn die von eben waren nicht gut aber der draft ist schon wesentlich solider die die da jetzt genommen haben das könnte ein bisschen knackig werden ne was haben wir denn hier platinen platin 3 in der team league ok placement gold 1 gold 1 gold 1 und silber 5 kann zusammenspielen in der teamliga kann alles zusammenspielen ach so stimmt nur in der heldenliga spielt das eine rolle ja gut in der heldenliga ist es ja ab nächster woche dann eh egal richtig dann frage ich mich ob sie das mit dem rang auch in der teamliga einführen kampfhandlungen sind nicht auszuschließen ja stimmt jann hat irgendwas vorgelesen das ist wenn du zu 5 queust ist es egal ja zu 5 ja aber 3er und 2er wo ist denn mein da mein mein bebrütungsopfer naja also mir wärs ja ganz recht wenn ich alleine nach unten könnte weil die bombe die erste ist oben und in der mitte 5 4 3 2 1 aber wir wollen ja pushen ja ok dann wir versuchen es einfach mal ja boah ich hoffe eigentlich nur dass ich Alarak nicht gegen mich hab weil das wird echt eklig hm Moradin ist Bot 3 Top Gaming Morales äh Top nicht klar das ist weniger ja ist infinite ja glaube ich eigentlich wenn man hat die dem Ich habe keinen großen Heel. Ja, kriegst du ja gleich wieder. Und weg ist er. Und der Tower ist leer. Also die Mitte ist ganz schön knackig. Oh, unten läuft. In der Mitte sind die auch zu dritt. Na dann kriegst du ja unten, ne? Ja. Und wo ist das? Das weiß ich nicht. Also alle Rack habe ich hier oben gerade noch ganz gut im Griff. Ja, aber unterstützen kriegt dann sicher einer aus. Krass, ich will nicht. Aber wir bleiben, wir können die easy killen. Wie geht man jetzt ganz gerade weg? Ja, ich will die nur so. Ja, ja. Oh Gott. Oben haben wir. Sprengkopf erfolgreich ausgeliefert. Bereite nächste Runde vor. Ok, dann gehen wir wieder in die Mitte. Schieß mal ab, Auri. Wir kommen auf jeden Fall alle runter. Tja, ich sehe nur noch alle rein. Ja. Eine Reinoa und irgendwas in der Mitte. Ich muss mal ein bisschen zurück. Ich habe mich vom Kiep treffen lassen. Oh der. Beginnere Initialisierung. Gegnerisches Fuhr zerstört. Ui. Also unten ist weg. Gut, hier mal jemand anders hier auf die Bot Lane. Ah, vermutlich volle sind ich dann. Wow. Sehr gerne. Mitte sind die Tower schon ziemlich gut runter, aber... Ja. Ich muss jetzt hier oben halt ein bisschen aufpassen. Ich habe Low HP. Hä? Mein Stofferbakel. Ja. Meinetwegen. Für meine König. Ok, vier Leute in der Mitte. Ja, Lack ist noch top. Musstet ihr easy life haben, hm? Ja, da waren die ja die ganze Zeit zu dritt, oder? Jetzt ist der Muralin wahrscheinlich auch hochgegangen, ne? Ja. Vom Fallos, lass mal Easycam schnell klauen. Oh, der Scheiße. Alter, Rack ist immer noch top. Sehr gut. Sind die immer noch zu viert in der Mitte? Ja, ja, und so stehen wir jetzt. Ja. Hm, das war scheiße. Dann den Brunnen hier, ne? Entschuldigung. Du kannst dich doch hier. Ja, das ist, weil es die Hälfte ist, so, ne? Ja. Die Fahrtklimen ein bisschen in die Defensive bedrängt. Alarak geht in die Mitte und holt das Cam. Äh, die Bombe hat's... Und wer hat die Vision geholt? Ja, wir sind zehn, alles gut. Ja, wir sind zehn, alles gut. Auch rüber sind noch zu tappen. Oder? Ich brauche nicht, dass die das hier zu halten. Oh, shit. Wir haben fast das Keep eingerissen, aber ich bin durch. Ich fahr das mal gleich ab hier auch Ich versuch mal unten zu kriegen, aber da, ne, geht nicht Unten sind zwei, mit Irena und Morales Drei, vier, alle unten, ja, vier unten Oh, ist ja still Dann, die kommen nicht zu uns Also ich hab oben noch eine Bombe, die ich aber nicht setzen kann, ja? Ja, ja, warte jetzt mal Und jetzt lösen die sich, pass auf Und die haben Mule geskillt, das heißt, das Key blätten die hoch gerade Wir haben jetzt mal hin und Vision Point und dann camps Wollen wir top dann mal das Dings, die, die Dings abdingen kann? Also, wir wollen uns erstmal ins Handcamp Oh, yes Stell dich mal an der Mitte, tank das mal Der Typ ist lernfähig Du machst alles gut Boah, wieder drei Leute mindestens bot Jetzt gehen wir mal rum Dass die Dings, das K 선택 2 Immer wieder im Team Junge Oh, ja Tschüss, aber jetzt hau ich rein. Bot 4 ist verloren, aber wir haben einen mitgenommen und es sind vier Leute noch bot. Also die drei Überlebenden jetzt. Wir klauen den ja hart, gell? Ja, gut möglich, dass sie jetzt Boss gehen. Der Phallus kann man... Ah, okay, klauen unser easy. Aber jetzt bestimmt... Wir wurden entdeckt. Egal, egal, wir bleiben draus, wir bleiben draus. Jetzt drei Gegner Mitte, ihr habt da oben einen 3 gegen 2. Das Problem ist, ich... Die könnten jetzt kommen, die kommen auch. Ja, da waren sie doch. In Alarak haben wir schon weggepressured. Komm, wir können jetzt auch da hin. Ja, wir haben Bock mehr hier abzuhängen. Bleibt drauf, bleibt drauf. Von hinten. Wir alle hier. Wir kommen mal ein bisschen ran. Warm. Ah, jetzt habe ich keinen von euch beiden. Ja, ist egal. Komm, wir aufs Kieb. Aufs Kieb, alle aufs Kieb. Die kämpfen hinter uns noch hin. Die war so saftig. Dann hole ich die Dinger für uns. Ich mach das. Kannst du denn nur das eine holen? Ja, ich hab's dann gekriegt. Wir sind um mein Zeug. Ha, Mann, Ulchi hat die noch gerenkt. Hinter dir ist ein Gestunter. Alleine, ne? Oh, Fallus, der muss, äh, den mittleren Kreis, der muss aufs Kieb. Da hast du, da hast du verfehlt. Ich hab doch was getroffen. Ja, aber nicht mit, der mittlere Kreis macht, äh, der äußere Kreis ist nicht so stark. Das hat mir noch keiner erklärt. Zweiter Versuch, wer kommt mit? Ich hab gerade ganz knapp überlebt und ich bin auf dem Weg zur Mitte, da, wo sich die anderen gerade tummeln. Ja, die anderen ist gut. So viele sind da nicht. Kommt mal lieber zurück da, sonst werdet ihr gleich abgeholt. Ja, ich glaub auch, dass wir gleich abgeholt werden. Spiele-Paradies. Hahaha, ja. Müssen alle nach unten gehen? Guck mal, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Die stehen in der Mitte und sind ratlos, ne? Ja. Links, rechts, links. Ja, ich hab hier weh. Fokus, Morales! Hinter uns ist ein Alarak. Umi, pass auf. Boah. Können drauf, nein. Die sind noch keine 16. Ach, come on. Boah, der Moradius mit nichts. Ist weggekommen. Boah. Ah. Moment, ist halt viel zu gut. Können wir nur weg vielleicht? Oh, Scheiße. Das ist ein Haymaker, wirklich. Phallus, Phallus, wegzühe jetzt alle. Ich halte sie fast. Ich halte sie fast beide. Oh, wir waren vielleicht ein bisschen zu lange da drin. Aber alle aufs Keep gehen. Hey, da ist sie noch. Das war auch so close, da kann man, glaube ich, entschuldigen. Die sollten jetzt gleich das Keep in der Mitte sein. Ja, die haben nämlich Mule, ne? Okay, einmal kurz auf die Vision. Das wäre ein bisschen uncool, wenn die das jetzt hochrappen. Oh, Gott. Boah. Oh, 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 oh. Boah. 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 Nein, 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 nein. Run. Run. Theoric, völlig ignorant, macht seine Lane. Richtig. war noch nicht da gebaut weiß nicht solch eine yolo keep aktion machen was er macht nicht mehr das krieg ich so runter nee weil da vorne dran noch zwei kanonen kommt schon junge Ich hab doch gesagt, ich nicht was sollen. Wo ist denn rein? Bitch! Ich stöß dabei. Warte, ist er auf einmal los. Lass mal bitte den halbtoten Raynor oben abholen, bevor der abschießt. Ja. Der portet sich wahrscheinlich zurück. Der ist wahrscheinlich schon weggeportet. Und ich dachte, der feiert sich schnell ab. Was ist denn? Genau. Muralin Mitte, passt auf. Macht einfach unser Hardcamp. Ich glaub die Pflegerei hier ist unumgänglich, oder? Nö. Nö, warum? Dacht das doch früher, ey. Einfach 20 jetzt wirken. Die sind heute in Camps. Die haben Druck auf allen Lanes und dann können wir gleich einen Boss machen. Machen wir den Bot-Boss zuerst? Bot-Boss. Erstmal das Camp machen, dann sind wir 20. Das mach ich allein. Geht ruhig direkt, geht auf den Boss, ich mach das allein. Na, Pan, gefährlich? Hey, geh Auri, geh! Ich will aber von dir noch ein bisschen dein Damage haben. Spotted! Spotted! Okay, dann aufhören. Wir sind hier, komm. Der Ming ist nicht da, wir können fighten. Der Ming ist nicht da. Und wir sind 20. Aus Extension da sind oder wo der Kerl, wir sind, zusammen! Boah! Deine Schein! Der Kyob ist Landsat und hat uns geboddy blocked Ist ja klar, den nächsten Ausweg. Da kommt jetzt Mast zu Ende hier, Alter. Ich schieße auch eine Bombe ab. Das ist zu viel AE vom Dings. Ja, der Dings hat zu viel Schaden gemacht. Alarak, ne? Einmal das und der Keep hat ja auch auf uns alle geschossen. Wir standen halt im Kreis drumrum, das war... Ist eigentlich gut, im Kreis drumrum? Ne, mein Kreis ist kleiner als der Kreis vom Chor. Weißt du? Fall los, geh mal zu einem von dem Rohrheits. So unterwegs. Nix. Ey, er... Oh, er lief das nicht. Ich bring doch mal lieber die... Oh, kriegst du das Schild? Ich weiß aber nicht, was ich im Zwanziger nehmen soll. Ey, geh weg. Bringt nix. Bringt nix. Bringt nix. Geh weg. Lass mich doch. Du, hat die n top? Ne, Alarak top. Alarak hat einen und... Morales wird den anderen nehmen. Oh nein. Oh nein. Das sagt keiner aus Kader. Du, äh, nein. Damit hat er dich gerettet. Ja. Nix ist. Ich hab den Schlauch schon dran. Aber guck mal, die rappen sie doch jetzt rappen sie. Okay, es geht wieder hoch. Sie haben die rappen... Naja, Mule. Hier, Camps machen, Camps machen. Dreckige Liga. Jetzt sind die grad mit Deffen beschäftigt. Ja, das pushen alle Lanes, ne. Die müssen Deffen. Normalerweise können wir nen Boss machen. Ne, wir machen erst mal den Easy Camp. Okay. Das ist viel zu risky sonst. Aber die sind ja auch schon. Ja, Valarac, Schatz. Können wir da nicht durchlaufen. Okay, cool. Boah. Aber hier sind ganz viele... Rauch mal nicht. Ja, echt. Willa! Euer Leidenschlicht ist erloschen. Ja. Ja. Ja, der macht fertig. Der macht fertig. Und da haben wir den Triple. Hm? Was? Ja. Ja, endlich mal. Mein Gott. Geht's? 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 Ja, ich... Cool. Aber andererseits ist halt der Druck, den du mit Saya und... Oh, der Laufbau ist ziemlich hoch, ne. Ja, das ist der Trick dabei. Ja, das ist der Trick dabei. Geht's? Geht's? Ja.